Zu Musik jetzt in Kärnten heute. Zu Recht stolz sein können die Mitglieder der Werkskapelle Ferndorf auf ihre jüngsten Leistungen. Bei Konzertwettbewerben wurden ausgezeichnete Erfolge erspielt und das beflügelt offenbar. Denn immer mehr Musikerinnen und Musiker aus der Umgebung wollen bei der Werkskapelle Ferndorf mitspielen. Zurzeit sind es schon 70 aktive Mitglieder. Die Werkskapelle Ferndorf. Auf mehr als 70 Aktive ist das Orchester in den letzten Jahren angewachsen. Intensive Jugendarbeit ist die Basis des Erfolges. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Musikschulwerk stehen sehr gute und ausgezeichnete Prädikate bei den verschiedensten Wertungsspielen beinahe schon auf der Tagesordnung. Neben den Heraklitmusikanten sind innerhalb der Werkskapelle bis zu einem halben Dutzend anderer Ensembles aktiv und machen die Werkskapelle Ferndorf auch zu einer der vielseitigsten Musikkapellen Jugendarbeit spielt bei uns eine große Rolle. Da haben wir zwei Jugendgarhäste, wo sich sehr viele Jugendliche drinnen aufholten, insgesamt fast 100 Stück. Und da gehen natürlich sehr viele zu unserem Verein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musikalische Grüße aus dem Trautal am Ende von Kärnten heute. Musikalische Grüße aus dem Trautal am Ende von Kärnten. Musikalische Grüße aus dem Trautal am Ende von Kärnten. Vielen Dank.